So liebe Leute, jetzt ist auch für mich das Ende gekommen. Ich bin sehr dankbar und stolz, dass ich für diesen Verein spielen durfte. Es war mir eine Ehre, also wirklich alle eigentlich, also die Leute, die die Halle hier immer aufgebaut haben und das Team um das Team und das Team selber. Es war wirklich geil, es war immer eine Handballparty und ich habe das sehr genossen und ja, jetzt muss ich arbeiten, andere leben, aber ich wünsche euch alles Gute in der Zukunft und ich komme mit Sicherheit noch mal vorbei. Zum Abschied bedanke ich nochmal bei allen Fans, bei allen Beteiligten, bei allen, die zum Club gehören. Danke BAC, es war eine super Zeit und ich wünsche euch alles Gute, bis bald, euer Basti. Ja, ich möchte mich bedanken natürlich für meine fünf Jahre her, als Linus und ich hierhin gekommen sind, haben wir große, große Ziele in unserem Kopf und ich finde ein paar von denen haben wir schon geschafft. Wir sind jetzt eine stabile Bundesliga-Mannschaft und das war natürlich ein großes Ziel und ja, ich bin einfach stolz über die fünf Jahre her und ich muss euch alle bedanken für die Unterstützung, was wir haben hier fünf Jahre. Es war immer toll, egal welche Eruina zu spielen und ja, ich bin einfach, ich bin einfach wirklich froh, dass ich hatte die Chance im Bergischen Hasier zu spielen. Und jetzt geht es weiter, so ist das Leben. Danke euch, wir sehen uns. So, thank you everybody for this year. It has been a very good year for me and this was a big dream for me to be here in BHC and Bundesliga of course. So I just want to say thank you everybody and have a nice summer. Zu allen Fans, ich möchte sagen einfach vielen Dank. Das war eine sehr tolle Zeit. Bei mir war, wie alle wissen, nie so geil, immer, aber ich habe immer euch gehört, immer gute Worte von euch bekommen. Deswegen vielen, vielen Dank und bleib gesund. Ja, also ich bin auch kein Fan von großen Rennen. Trotzdem würde ich mich noch für die tolle drei Jahre beim BHC bedanken. Es war eine schöne Zeit. Hat wirklich Spaß gemacht. Schade nur, dass wir halt die eine Corona-Saison, kann ich mal so nennen, halt verloren, miteinander verloren haben. Aber dafür war die letzte Saison mit der Stimmung her auch, sag ich mal, bei oder nach der Corona-Pandemie hervorragend und es hat wirklich Spaß gemacht. Deswegen nochmal ein Riesen-Danke. Jetzt neigt sich auch meine Zeit dem Ende zu. Vielen Dank für eure Unterstützung. War ja nicht einfach. Wir hatten am Anfang mit Corona, konnten die leider nicht auf der Tribüne sein. Da waren es die ehrenamtlichen Helfer, die getrommelt haben wie wild. Es macht trotzdem viel mehr Spaß, wenn die Halle voll ist, so wie heute. Also ein riesengroßes Dankeschön für all die Unterstützung. Ich habe es sehr genossen und ich freue mich, dass wir uns nächstes Jahr mindestens einmal wiedersehen. Gut. Tschüss. Oder besser gesagt auf Wiedersehen. Vielen Dank für alles. War eine geile Zeit. Heute nochmal ein Riesenmoment für mich, was hier alles passiert ist. Ich werde immer mit dem Lächeln an den BHC denken. Ich hoffe, die meisten von euch auch an mich. Und von daher, wir sehen uns wieder. Bis bald. Ciao. Ciao.